Ich war Bahnhof. Sichert das Missionsgebiet. Das sowieso. Wir sind über dem Einsatzgebiet. Los, los, los! Ich geh in die Mitte. River. Rivertown. Rauch. Das war's für heute. Potenzieller Kollaps entdeckt. Jeder sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. Bis gut? Joa. Ich bin in der Zone. Voll und ganz in der Zone. Gut. Ich bin in der Zone. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. um ich weiß nicht Klingel gerade ein bisschen Klingeling ja das auch vom Klaus so Klaus weiterer Kollapserwarte wer geht euch zur angezeigten Sicherheitszonen und Klingel ja ich hab drei Stück 2 Klingel Schumpf Klingel 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 Scheiß auf laser alter so ein schwachchen Kreiskollaps steht bevor, alle mal in Sicherheit Achtetze Achtung, Vorräte im Anflug. Das ist aber wirklich gut hier. Echt mal. Aber. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.